harry mit dem aktuellen wetter in kurzform heute am 1. mai 2023 8 uhr 24 wir haben 22 grad keinen wind keine wolken ja musikform von der chalke her so die wetter die wetterdaten 20 grad tiefstwerte 31 grad heute höchstwerte um ein um 7 uhr 21 war sonnenaufgang um 20 uhr 36 sonnenuntergang zu den gezeiten um 11 uhr 48 ist hochwasser und um 17 uhr 50 ist niedrig was ja schaut euch das an keine wolke am himmel ein traumhafter tag das ausfällige wetter das seht ihr gleich anschließend hier am stand von maspalomas